Herr Steinbauer, grüße Sie. Herr Kuh. Oder soll ich sagen Pool-Guru, so kenne ich Sie aus den Medien. Na gut, es geht halt schnell, da hat man seinen Namen weg. All den Jahren. Wie kommst du zu so einem Namen? Wie kommst du so mal an? Lange Jahre Tradition wahrscheinlich, oder? Absolut. 40 Jahre Poolgeschäft, 15 Jahre in Deutschland, über 1000 verbaute Pools, da kriegt man seinen Namen. Wie kommt man denn auf die Idee, Poolbauer zu werden? Gute Frage. Da lebt man in Südfrankreich, arbeitet in dem Metier, sieht den Film Zwillingpool mit Alain Delon, kommt immer mehr in das Thema rein und denkt sich, das sollte man auch einer breiten Masse in Deutschland zugänglich machen, den Pool, den Swimmingpool, das Erlebnis, das Blaue im Wasser, im Garten, das Kinderlachen drumherum, das muss nach Deutschland. Und so kommt man auf die Idee, Poolbauer zu werden in Deutschland.